Lustlord, denkst du manchmal an eine andere, während du mit deiner Freundin schläfst? Das ist jetzt schwierig. Ich würde eigentlich sagen nein. Es liegt aber auch daran, dass ich mich, wenn ich mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin im Bett befinde, denke ich in erster Linie an die Handlung und an das, was ich als nächstes mache, beziehungsweise das, was wir gerade machen, als an irgendwelche anderen Menschen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich irgendwie andere Partner vorstellen oder sogar vielleicht andere Partner beim Sex wünschen. Aber das Problem habe ich nicht. Und das hatte ich auch nie.